Hä? Mann. Mach. Hä? Was macht der Schalter da? Er macht nix. Da hab ich ne Knarre übersehen. Boah, da hab ich mich jetzt erschreckt. Hallo? Okay. Geh mal weg. Soll ich jetzt hier irgendwie einen Stromschlag kriegen? Achso. Die Tür geht auf. Wenn sie jetzt noch schießen wird, wär geil. Aber geht leider nicht. Ich hätt jetzt gedacht, ich brutzel den hier. Ähm, geht mal aus dem Weg hier. Weg da, weg da, weg da. Mensch, Fritzchen 1 bis 4. Können doch nicht immer so im Weg stehen. Ach, egal. Äh. Ach so. Okay, es war ne Mine. Na dann. Fritzchens. Kommt mal hoch. Helft mir mal. So, jetzt macht mal die Tupen da kalt. Plonk. Plonk. Einer weniger. Oh. Ähm. Oh Mann. Hm. Aber er hat die Granate eigentlich relativ schlau geschmissen, obwohl die Viecher auf ihn losgehen. Er hat sie trotzdem noch gekillt. Äh. Äh. Wer quatscht da noch? Was hat die... Hä? Was labert der? Ziel hat taktische Vorteile gegenüber den Idioten. Oder den Hoden. Keine Ahnung. Mist. Äh. Ah. Moment. 1, 2, 3, 4. Hm. Gegen was kämpft dieses Viech da? Ah. Wird grad sagen. Reality TV. Mal gucken, machen die sich jetzt hier gegenseitig kalt oder... Warte. War der da schon tot? Oder hat der Typ jetzt eine Granate geschmissen und hat den gekillt, der da war? Zack. Noch einer weniger. Zack. Noch einer weniger. Hm. Da passiert nix. Ach, da war ich gerade eben noch. Und da auch. Und da nicht, aber da ist noch irgendein Typ. Ich seh' dich. Okidoki. Hallo. Geht mal da vorne hin und bewacht da mal. Hm. So. Die sind doch jetzt hier durchgelaufen. Oder? Nicht. Wuhu. Fünf Armbruschpfeile. Dann hab ich jetzt fünf. Toll. Da ist wieder die standardmäßige Klospülung. Warte, das kann ich jetzt gucken. Ist das... Ist das hier? Ne. Aber da schießt's auch. Mist. Die kommen nicht bis dahin. Aber das ist ein Turm. Die Typen haben sie wohl schon kalt gemacht. Ich geh mal runter und gucke mal nach. Wart mal. Ich hab doch noch hier Granaten. Äh. Kaputt. Sag mal. Geh kaputt jetzt. Es schießt auf jeden Fall schneller, wenn's umgefallen ist. Jawohl. Mach'n kalt. Ey. Die Ameisenlöwen können da einfach durchracken. Ist ja geil. Die Nieder auch. Kann ich Granaten auch einfach so da durchwerfen. Ah, cool. Oh, scheiße. Mann. Blöden Granaten, hey. So, jetzt aber. Das sind diese scheiß Granaten die ganze Zeit einfach weitergerollt und was weiß ich wohin gegangen, dass es die nicht getroffen hat. Ab nochmal kacke. Äh. Geh mal weg da, du Gitter. Ah. Äh. Hm. Kannst du einen raushalt bekämpfen, oder was? Mist. Ich stoppile genug. Ist er jetzt im Arsch oder fängt er jetzt gleich wieder an sich zu drehen? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Hoppla. Ich habe nichts verstanden, weil ich schießen musste. Servus, kommt mit. Kommen sie jetzt nicht mehr durch das Energiefeld da durch oder was? Warte gerade mal. So. Ah ja. Boah, ich hatte ja kaum noch Lebensenergie. Äh. Was geht da ab? Da rennen so viele da vor. Zum Lade Daten. Hilfe. B2. B2. Ähm. Paz. Was? Na los, mach dir kalt. Ah. So. Die Verhaftung von Elevance ist sicher von großer Bedeutung. Elevance. Ach, haben sie einen Faddy von Alex gefangen. Unne, unne, unne. Ach, Mist. Hä? Was war das? Geh doch da hin und haut den! Ehm, warte mal. Wo ist es denn? Aha. Ist es schon mal weg? Ups. Fack. Okay, so trifft man hier. Komm schon, stirb. Ah. Na also. Der Typ hat ja immer noch gelabert. So. Wo ist jetzt der Ameisenkönig? Oh. Hm. Hehehe. Mist. Ein so'n Ding ist noch aktiv. Höh! Bist verrückt, Fritzchen 3? Kippt er das Ding um, dass es auf mich schießt? Bläder Hund. Ein ganz gewöhnlicher Mann. Höh! Ist noch irgendwo so'n Teil. Ich hör dich. Ist es noch? Ah, ne. Sie schützen mich. Und ich glaube, jetzt haben sie es kaputt gekriegt. Höh! Penner! Ach, jetzt ist es kaputt. Ah! Geh doch weg dahinter mir, wenn ich in Deckung muss! Was? Ja, na klar. So. Los geht's! Ab der Luft mit euch! So. Aber eigentlich müssten wir sie doch alles platt gemacht haben. Hups! Jetzt habe ich den Ameisenlöwen gekillt. Der ist platt. Der ist auch platt. Der ist auch platt. Ich habe nicht mehr viel Munition. Scheiße. So. Wo ist jetzt der Idiot da oben? Ah! Ah! Okay. Da ist noch irgendwas explodiert. Sehr gut. Geh mal weg da! Hm. Wo ist denn hier? Gibt es da noch irgendwas? Anzugenergie, Mann! Die Finch hier kaum. Scheint immer normal. Ja, Chaos. Immer gut. Ich hab's diesmal beide platt gemacht. Hm. Okay. Anscheinend nicht. Das Teil schießt auch gar nicht. Na doch, jetzt. Sag mal, macht ihr das Ding nicht kalt oder was? Also, geht doch. Ich musste nur ein bisschen mithelfen. Boah, leck. Haut der die Dinger weg, ey. Spielen Volleyball hier mit den Teilen. So. Geht ihr mal nachgucken. Aha. Na hopp. Ach so. Ich komm so nicht weiter nach vorne. Nein, schmeißt du mich gegen das scheiß Geländer, du Idiot. So. Upsi. Ich hab ein Fritzchen getroffen. Hm. Sind aber gar nicht mehr so viele da gewesen jetzt wie vorhin. So. Muss ich jetzt hier noch irgendwas killen? Ey, sogar mit Licht was geht. Wat? Ich bin schneller im Nachladen als du. Was habt ihr gemacht, Mann? Ihr steht da und wartet. Blöden Viecher. Ich schmeiß halt gleich mal Granaten weg. Kondition gespart. Äh. Lass mich doch durch. Ich. Warum kommt hier so ein Badum, wenn ich hoch springe. Da nicht. Nur da. Achtung. Achtung. Bodeneinheit hin. Achtung. Bodeneinheit hin. Da drüben. Das sind doch mal hier Minenauslöser. Ui. Hopp. Geht's zu kalt machen. Ah. Zack. 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 Beide kalt. Naja, noch nicht ganz. Die waren bestimmt noch warm als sie aufgeschlagen sind. Aber. Ah. Achso. Eins weiter oben. Ey. Anzug Energie. Geil. Los. Attacke. Naja. Einer von euch. Los. Da sind sie drin. Hm. Einer muss wohl kalt sein. Huah. Komm mal. Fick dich. Na endlich. Los. Rein da. Wisst ihr ja selber, ne? Äh. Was ist das jetzt? Oh, Mann. Ich habe versucht, unsere Gönner davon zu überzeugen, dass sie wirklich die Besten sind. Zack. Wie schnell sie die kalt machen, wenn sie sie dann mal treffen. Aber ohne konkrete Beweise klingen meine Worte selbst für mich leer und unglaubwürdig. So. Ihr müsst die Beweise liefern. Oder ansonsten die Folgen tragen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Hm. Was sind das für Stormtrooper? Okay. Was? Ich wurde gebeten, etwas zur kürzlichen Verhaftung von Mitgliedern des Rebellen-Forscherteams durch den trans-humanen Arm der Sicherheitskräfte von... Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Ameisenlöwen hin sind. Achso. Die machen da noch die Typen kalt. Die haben sich die Wünsche doch auch den bei Geschmacken und Enttäuschung gehabt. Aber... Es ist meine Pflicht als Administrator, Ihnen die Botschaft zu überbringen, die ich von unseren Gönnern erhalten habe. Und jetzt wird's nämlich, glaube ich, ein bisschen... Scheiße. Eigentlich wollte ich bloß heftiger sagen, aber Scheiße klingt besser. Glaub ich. So. Ach, das Ding stand im Wandschrank. Überleg mal, willst du putzen, machst du die Tür auf, auf einmal... Da, 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 da. So. Ich glaub, ich kann weitergehen. Ich denke, sein Gelaber geht nur auf der Keks. Warte. Aha, Munition. Bestimmt gerade Daten. Kommt hier jetzt der Ameisen King